n schlafen n n der Karte muss es ja wieder mal auf die Luft schlafen ich bin wieso tue ich mir das an ah ihr seid schon wach ok der fliegt einfach weg der fliegt einfach nach hause ok ja 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 hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Fliegerwärts vielleicht ist es ja auch die Folge 10, keine Ahnung was das ich weiß leider nicht mehr und nun gut dann 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 ich möchte eigentlich ich jetzt der ja natürlich warum steht das hier dann 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 Keine Ahnung, wieso das jetzt so rumspinnt, oder was auch immer. Auf jeden Fall! Ah, schon da. Hey, du hast ja noch nicht den goldenen Stein gegeben. Jetzt brauche ich noch ein paar Pumpen und andere Anschaben, damit es losgehen kann. Die Wände, die du für diese Mission brauchst, sind definitiv ganz in der Nähe. Halte danach Ausschau. Guck nach oben. Guck nach unten. Guck geradeaus. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wer ist dort? Das ist ein Bauer. Oh, da habe ich schon angegeben. Pumpen können eh mehr ungefähr in der Reichweite von hier auch noch. Okay, jetzt noch die hier. Bei scheinen gehört es eh mehr dorthin. Und noch einmal hier hin. Und das letzte, was noch immer sehr gut ist und sehr praktisch ist, werde ich jetzt gleich nehmen. Und was brauchst du noch? Damit du endlich zufrieden... Okay. Ich habe schon ein Teil meines Hauses fertig, aber ich brauche eine Pause. Pause, so. Fühle mich weiter. Ah. Sicher. Tja. Warte, warum nehme ich einfach doch nicht gleich dieses Modul? Okay. Jetzt dauert es wieder mal. Bis ans Ende der Zeit. Okay. Okay. Jetzt bräuchte ich irgendwo an das. Äh. Ups. Ups. Egal. Egal. Okay. Jetzt habe ich das hier mal. Äh. Und jetzt mit den Seiten und so habe ich schon mal. Jetzt füllen wir noch das hier. Und ja. Jetzt habe ich jetzt mal fertig. Ich weiß, ob es das hier auch für fertig gehalten wird. Was ist jetzt los? Moment. Nein. Das hat jetzt irgendwie auch für ja gedeutet. Ja. Wie sollte... Okay. Ich kann auch fertig eingehen. Ein Gewähr. Keine goldene Dings. Oder wie. Oder wie. Ja. 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 Ich kann es jetzt zusammen. Ja. Ja. Dank. Okay. Endlich. 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 Abends. st und ich fange ich noch auf und ich bin noch richtig in der Reihe ne Prozent das Tor er wollte dort hinten wird er noch erneut etwas Prozent sie sind wirklich nicht und wenn ich einen Schussfotos von einem Wittfeld hätte Prozent äh äh ähm hab ich so was? nope wir tun kampf fährt kampf fährt nicht gut nicht gut ok das ist nicht gut das ist nicht gut hey Adler was ist was ist wieso immer noch mehr freund was ist eine andere Art Lauder nein ich hab keine Fische mehr ich hab keine Fische mehr was ist 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 ok schon alles auf Deutsch wie geht ok jetzt hast du dein Denk ok jetzt suche ich einmal wo ist das eine Pferd und warte will ich den überhaupt finden ok keine Sorge der Ritter ist schon da dead ist so wie 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 um die reise der zog vorhanden ich meine exx zu beheirat k Den ersten hab ich jetzt mal... Ok, noch hat er geschafft. Ah, ich hab's jetzt her. Ok. Moment, stecken wir jetzt ernsthaft auf den Boden? Vollsam. In demens haben wir zwei Missionen jetzt wieder mal geschafft. Ok. Fahrzeuge, Fahrzeuge. Wieso wäre jetzt einfach so ein Wegenpferd? Ich hab keine Ahnung, ob ich ihn da... ...den Bildpferd. Aber naja. Das könnten wir... ...das kann ich ja einfach suchen... ...für euch. Denn... ...ich bin ja sowieso auf der Suche. Hallo... ...hallo... ...hallo... ...liebe Freunde... ...und willkommen zurück zu einer weiteren Folge... ...von LegerWords. ...und Leute... ...werden wir ja wohl wieder auf der Suche machen. ...mit unserem... ...Kumpel... ...Kumpel... ...was so... ...ist etwa D&D in den... ...denk... ...nice. ...und... ...ich suche mal... ...unser Freund. So, jetzt habe ich euch beiden... ...und... ...jetzt können wir wieder mal los. Ich habe jetzt diesmal... ...zwei mitgenommen... ...einfach zwei Kumpels... ...von mir. Folgt ihr mir? Oder... ...ep... ...folgen... ...folgen mir. ...einfach so hinterher. ...und... ...was willst du? ... ...au... ...ähm... ...sorry... ...ich habe kein... ... ... ... ... ... ...bitte stirb nicht... ...bitte stirb nicht... ...bitte stirb nicht... ...du bist mein allerbester Freund... ...du bist mein allerbester Freund... ...und... ...was willst du? ... ... ... ... ...verlegst noch eins... ...meine einzige Spitzhage ist kaputt... ...bringst du mir eine neue... ...äh... ...hab keine neue... ...gesehen... ...sorry... ...und... ...geil... ...der hat aber auch eine... ...Quest für uns... ...und... 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 ...desergegen... ...gibt es... ...so einige... ...g... 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 ...ne Gefängnisse... ...nur für den Fall... ...der Fehler... ... ...ich... ... ... ... ...den Haske... ...haben wir auch einmal... ...genommen... ... ... ... ...wäre wirklich wahrlich... ...wenn wir... ...hier ein paar... ...Winternisse... ...auf... ...gebaute... ...währen würden... ...warte was... ...Winternisse... ...oder... ...wo würdest du's... ...gern... ...ah... ...Winternisse... ...ähm... ...ähm... ...schaut nach einem bestimmten... ...erbergtaus... ...aus... ...hab ich so etwas? ... ...ne... ...ne... ...sorry... ...denge ich nicht... ...dass ich sowas habe... ...oder... ...warum hab ich denn nichts... ...das was ich bräuchte... ...einfach überhaupt gar nichts... ...und warum gibt's ja auch... ...keine Schatzkarten... ...und so angezeichnet... ... oder sowas... ...ich bin ja einfach so... ...auf der Suche... ...nach etwas Neuem... ...und das ist zum Beispiel... ...nein... ...nein... ...und... 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 ...gibt's ja so nichts wirklich was... ...und... ...also hier gibt's ja nicht wirklich etwas... ...bist du schon wieder... ...ja... ...ja... ...okay es ist zwar... ...sir nicht dasselbe aber... ...aber... ...so ziemlich... ...also wir müssen ja niemanden... ...finden... ...aber okay... ...aber den schnapp ich mir... ...und... 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 ...gesehen... ...ja... ...kann sogar... ...mich habe ein... ... sowas... ... eine bessere... ...is das... ...was ich mir denke... ...okay... ...wir kommen schon langs voran... ...wir kommen schon langs voran... ...es mal einstecken... ...okay... ...ah... ...schlafen... ...ja... ...okay... ...na... ...na klar... ...du musstest ja wieder mal... ...auf der Luft schlafen... ...ist ja... ...ist ja... ...schlafen... ...ja... ...ja... ...wieso... ...durch mal das an... ...ah... ... ihr seid schon wach... ...okay... ...der fliegt einfach weg... ...der fliegt einfach nach Hause... ...okay... ...du fliegt nach Hause... ...ist okay... ...okay... ...ich habe jetzt das, was du suchst... ...es wäre wirklich nett wenn... ...ich ein schönes Foto von meinen... ...warte... ...was... ...au... ...fasche Person... ...fasche Person... ...warte... ...wir müssen schnell sein... ...hier gibt's noch ein lauter Ding... ...und das ist genau dort wo... ...ich meine... ...einen... ...Redskrot... ...habe... ...und... 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 Ich finde sie aus irgendeinem Grund nicht. Oder bist es du? Okay, ich habe sowieso zwei. Diese verflixten Banditen. Ich bräuchte ein Gehör, denn würden sie sich nicht mehr an meinen Stall zu schaffen machen. Noch eine Bauanleitung, okay. Ah, das will also. Das kann nur werden. Ich hätte gerne eine Gefängniszelle. Nur für alle Fälle. Was? Nein. Nice. Okay, jetzt angekündigt, nehme ich mal das hier. Warum lads nicht? Warum schaut die Gefängniszelle so aus und warum schaut sie... So was? Hä? Hä? Okay. Wo ist von euch eigentlich der Adler geblieben? Ähm... ...gleich, den ich suche nachher. Irgendwann. Irgendwie. Da wunderschön. Okay. Wie. Wunderschön. No. Okay. Da will ich eine Questanscheidung. Ah, du bist sowieso. Nein, habe ich nicht. aber du wirst ja eine Frau mit der, ähm, genau, Quest, also mit der, da war so eine Quest, was du wirst, ähm, ähm, Moment, war das doch, ah, hab ich mit der, keine Ahnung, ich hatte doch irgendwas, so ein, so sowas gefunden, ah, ja, okay, hab ich sie jetzt auch irgendwie, weggebracht, okay, egal, dann, egal, dann machen wir Geld, aus dem Hut, schon besser, oh, das hab ich jetzt gar nicht erwartet, aber, okay, okay, das ist zwar jetzt gerade zu teuer, aber wir haben jetzt auch den hier, den wir jetzt erwischt haben, und warum, ah, jetzt, jetzt kann ich sie auch, so, jetzt nur noch eine, bitte so ein Wesen, schnappe dich, das Check, ich habe leider wirklich noch kein Bildpferd gesehen, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob, Moment, hier ist eine Schatzkarte, sehe ich gerade, aber jetzt auf einmal, aber jetzt auf einmal, sorry, es muss hier unten sein, das heißt also, das heißt also, ich wollte es nur hier unten platzieren, aber, okay, mal sehen, ob was dort drin ist, muss hier unten, doch, sag mal, das ist, das ist, so, richtig, dort, das ist, auch, mh, immer zu mir jetzt noch eins mein einziges später ist kaputt wenn sie mir eine neue ja und ich habe eine gefunden ich habe jetzt echt keine ahnung was es ist was er mir gegeben hat wo der ist es warum also wenn ja schon unlogisch dinge passieren ich habe einfach das beste Schwert oh ok wir haben wir einfach erwischt und den Stein haben wir auch nein ich habe und warum ist es diese Somit der Bauer bin ich jetzt also? Okay. Bei der Rakete. Oh, danke. Deine vierte Heilung. Alter, ich hab so viele Steine reingehlt. Besonderer Gegenstand freigeschaltet. Klotzkanone. Die Klotzkanone ist ein mächtiges Werkzeug, das es dir ermöglicht, große Geräte im Handumdrehen zu errichten. Okay. Okay, ich baue hier einfach so rum. Das Leben geht einfach weiter. Aber, okay. Mir gefällt die nötigen Klotzkanone. Genügt das irgendein Grund, nicht? Ich... 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 Egal. Ähm... Eine Wichterhauscher. Keine Schatteksticht. Ähm... Okay. Wir werden also in einer Art Späßfliege gehabt. Ich hatte... Nein. Das schaut so krass aus. Irgendetwas stimmt mit meinem PC nicht. Das ist oft zu langs. Zu langs. Hm. Nur weil er weiß, wie geht das viel schneller. Aber was ist das Problem? Ich... Okay. Ich hoffe euch hat es jetzt gefallen, was wir jetzt gemacht haben. Oder ich... Und wenn es euch gefallen hat. Danach ist ein bisschen... Mit... Deinen... Lack... Da. Ja. Ja. Ja.